Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen World of Warcraft Video mit eurem Brocken. Ja, in dem heutigen Video möchte ich einmal für alle drei Specs auf die Relikte eingehen. Welche Relikte sind denn nun die besten für den Arms-Vowie, für den Furikrieger und natürlich auch für den Death-Vowie, für unseren Tank? Fangen wir mit Arms-Vowie doch gleich mal an. Wenn wir einmal unseren schönen Baum hier öffnen. Die wichtigsten Relikte, wenn wir jetzt rein auf Boss-Schaden aus sind, sind für den Arms-Vowie einmal präzise Stöße. Kolossales Schmettern erhöht die kritische Trefferschance eures nächsten Einsatzes von Tödlicher Stoß und Hinrichten um 32%. Auf dieses Relikt sollten wir einmal gehen und dann auf die Schwäche ausnutzen. Die Auslöschungschance von Taktika wird erhöht, als hättet ihr 16% mehr Wut verbraucht. Das wären jetzt so die Relikte, auf die wir gehen sollten, wenn wir wirklich nur auf reinen, jetzt auf zum Beispiel Single-Target aus sind. Wenn ihr jetzt zum Beispiel natürlich, sag ich mal, viel Mythisch Plus machen möchtet oder auch im Raid viele Ads sind, wo wirklich auch AOE-Schaden gefordert wird, dann sollten die Relikte nochmal ein bisschen vielleicht angepasst werden. Dann wäre noch zum, für AOE wäre dann vom Vorteil einer gegen viele Spalten erhöht den verursachten Schaden eures nächsten Einsatzes von Wirbelwind pro getroffenem Ziel um 12% und dann haben wir zu guter Letzt noch der Tod vieler erhöht den von Wirbelwind verursachten Schaden um 20%. Das wären jetzt die Relikte für den Arms Woi, die wir wählen sollten, um das Beste aus unserer Waffe rauszuholen und natürlich den maximalen Schaden im Single- oder im AOE-Schaden natürlich zu machen. Gehen wir mal weiter jetzt auf den Furoerkrieger ein. Da haben wir einmal unsere Waffe. Wenn wir jetzt bei einem Furoerkrieger sind, gibt es auch wieder drei Sachen, die einfach das absolute Must-Have sind, auf die wir gehen sollten. Denn das wäre einmal Zorn und Rage erhöht den verursachten Schaden von wütender Schlag um 20%. Das wäre eins der Relikte, auf die wir gehen sollten. Dann Beispiellose Stärke erhöht während der Effektdauer von Kampfschrei euren gesamten verursachten kritischen Schaden um 20%. Und zu guter Letzt haben wir noch Tobender Berserker erhöht während der Effektdauer von Wutanfall euren gesamten verursachten Schaden um 4%. Das wären jetzt die drei Relikte, die wir als Furoerkrieger in unsere Waffe reinmachen sollten. Tobender Berserker, Beispielslose Stärke und Zorn und Rage. Das sind aktuell die drei besten Relikte, an die ihr rankommen solltet, um euren maximalen Schaden mit dem Furoerkrieger zu steigern. Und zu guter Letzt gehen wir natürlich auch noch einmal auf den Tank ein. Welche Relikte lohnen sich denn nun aktuell als Tank? Da habt ihr zwei Varianten, die ihr als Tank machen könnt. Die eine Variante ist, wenn ihr wirklich auf komplette defensive Werte gehen möchtet oder auf Offensivwerte. Fangen wir einmal damit an, wenn ihr wirklich sagen möchtet, ihr möchtet so viel wie möglich überleben und so wenig Schaden wie möglich bekommen. Also auf die Def-Variante gehen möchtet. Dann geht ihr einmal auf Schildtraining Devil Cool Passiv erhöht eure Rüstung um 6%. Dann geht ihr einmal auf Drachenhaut erhöht den gesamten durch Zähne zusammenbeißen ignorierten Schaden um weitere 8% steigert. Und zu guter Letzt dann auf Bastion der Aspekte erhöht den durch Blocken verhinderten Schaden um 2%. Also Bastion der Aspekte, Drachenhaut und Schildtraining Devil Cool. Das wären jetzt so die drei Relikte, die ihr nehmen solltet, wenn ihr den Kriegertank auf die defensiven Weise spielen möchtet. Wenn ihr sagt, nö, brauche ich eigentlich nicht, ich fühle mich eigentlich auch ohne die defensiven Sachen sehr sicher und alles. Dann habt ihr die Variante, den Krieger mit den Relikten in die offensive Variante zu machen, um einfach nochmal ein bisschen mehr Schaden zu machen. Dann geht ihr einmal auf folgendes. Zorn der Gefallenen erhöht den von Rache verursachten Schaden um 18%. Also jetzt bei mir steigert sich der natürlich, ist ja klar. Brauche ich euch ja nicht sagen. Dann habt ihr einmal Knochen zertrümmern erhöht, während Schildblock aktiv ist. Die kritische Trefferschance von Schildschlag um 15%. Und zu guter Letzt geht ihr dann noch auf Donnerkrachen, erhöht den von Donnerknall verursachten Schaden um 30%. Ja, das wären jetzt die Relikte, wie gesagt, für den Tankkrieger in der Offensivvariante. Ich hoffe auf jeden Fall, ja, ich konnte euch helfen. Ich konnte euch mal ganz kurz jetzt die Relikte zeigen, auf welche Relikte ihr achten solltet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, so könnt ihr diese natürlich mir jederzeit gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde sie dann so schnell wie möglich beantworten. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen guten Start in die neue Woche. Haut da rein. Ich bin raus. Euer Brocken.